Pop und Mingel Von Marie-Louise Kaschnitz Noch immer fragen Sie mich alle, wie das gekommen sei neulich, am Tag vor aller Seelen, und warum ich das getan hätte. Sie sagen, es sei doch nicht das erste Mal gewesen, dass ich ein paar Stunden allein in der Wohnung war. Ich müsste das doch gewöhnt sein. Es sei zwar ein dunkler Tag gewesen, aber doch kein besonders unfreundlicher, und ich hätte doch auch etwas zu essen vorgefunden, Bratkartoffeln und sogar ein Stück Wurst. Von dem Stück Wurst spricht meine Mutter immer wieder, wenn die Rede auf diesen Unglückstag kommt, was jetzt noch ziemlich oft geschieht, und sie betont dann jedes Mal, was für eine feine Wurst das gewesen sei. »Kalbsleberwurst«, sagt sie, »zu einer Markfünfzig das Viertel Pfund, und in einer Tüte auf dem Küchenbuffet seien auch noch zwei Äpfel und eine Banane und ein paar Pfeffernüsse gewesen. Und ich hätte doch immer von allem nehmen dürfen. Niemand hätte mir deswegen jemals einen Vorwurf gemacht.« »Außerdem begreifen Sie nicht, warum ich, wenn ich etwa Angst gehabt hätte, so allein, nicht einfach wieder fortgegangen wäre, auf den Hof oder zu den Kindern in Parterre, und sogar ins Kino hätte ich gehen dürfen. Im Alhambra an der Ecke sei ein jugendfreier Film gelaufen, Taschengeld hätte ich ja auch genug, und Sie hätten ja auch nichts dagegen gehabt.« »Ja, natürlich, alles das hätte ich tun können, und ich hätte mich auch ins Bett legen können und schlafen, bis die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen. Denn ich war ja an dem Nachmittag sehr müde. Ich erinnere mich ganz deutlich, dass ich auf der Treppe ein paar Mal gegähnt und mir dabei mit der Hand ganz rasch hintereinander auf den Mund geschlagen habe, wobei man eine Reihe von komischen Tönen hervorbringen kann. Das Treppenhaus war ziemlich dunkel, wie immer um diese Jahreszeit, nur die Nixe in der Buntglas-Scheibe hat noch ein bisschen geleuchtet. So etwas hat man ja jetzt nicht mehr, aber unseres ist ein altes Haus. Es war auch ganz still. Keiner, der hinauf oder hinunter ging, nur hinter der Tür rechts im zweiten Stock, hat der Hund geknurrt. »Du Scheißhündchen,« habe ich gesagt, »du Dreckshündchen,«, ganz leise. Weil ich weiß, dass ihn das am meisten ärgert. Und dann habe ich recht laut »Wauwauwauwauwau« gerufen und bin schnell weiter die Treppe hinaufgerannt, weil das ein furchtbar hässlicher, riesengroßer Hund ist, der sich unter Umständen aufrichten und die Türklinke herunterdrücken kann. An dem Tag ist er aber nicht aufgesprungen und hat auch nicht gebellt und gleich aufgehört zu knurren. Und ich weiß noch, dass mir das nicht gefallen hat. Also habe ich wieder gegähnt und bin langsamer gegangen und habe dabei meine Jacke aufgeknüpft und den Hausschlüssel herausgezogen, den meine Mutter mir morgens an einem Wäscheband um den Hals hängt, obwohl ich ihn natürlich genauso gut in die Hosentasche stecken könnte. Während ich aufgeschlossen habe und in den Flur getreten bin, habe ich gemerkt, dass es schlecht gerochen hat. Und ich habe mir schon gedacht, dass wahrscheinlich wieder einmal niemand Zeit gehabt hat, die Betten zu machen, vor dem Weggehen. Und so war es auch. Und das Frühstücksgeschirr hat nur auf dem Tisch gestanden, sogar die Butter und das Brot. Also habe ich zuerst die Butter in den Kühlschrank getan. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und habe die Leintücher ein bisschen zurechtgezogen und die Steppdecken darüber gelegt, weil ich weiß, dass mein Vater sich jedes Mal ärgert, wenn er nach Hause kommt und es so unordentlich aussieht. Es hat auch schon ein paar Mal Streit gegeben deswegen. Und mein Vater, der sehr nervös ist, hat geschrien, aber meine Mutter hat nur gelacht und gesagt, ich kann ja auch zu Hause bleiben, wenn du, und du wirst schon sehen, wie das ist, wenn sie uns die Musiktrue und den Kühlschrank wieder wegholen. Und wer hat durchaus den Wagen haben wollen? Ich oder du? Und dann ist sie ganz freundlich geworden und hat meinen Vater gestreichelt und mich auch und hat gesagt, dass wir, wenn der Wagen erst da ist, alle drei zusammen in den Wald fahren werden und dort picknicken und verwechselt das Bräumchen spielen und mit dem Fußball ihretwegen auch. Aber dazu ist es nie gekommen, weil sie, als sie den Wagen endlich gehabt haben, immer Freunde mitgenommen haben, Erwachsene, die keinen Schritt zu Fuß gehen wollten, und die Waldwege waren für Autos gesperrt. Ich war aber nicht sehr traurig, weil mir im Auto oft schlecht geworden ist. Ich habe mir immer nur gewünscht, dass meine Mutter wieder einmal krank wird, wie damals, als sie den schlimmen Fuß hatte und ich ihr die Arnika-Umstiege gemacht und den Kaffee ans Bett gebracht habe. Und ich habe mir oft überlegt, wie ich es hinbringen könnte, dass sie sich noch einmal so richtig den Magen verdirbt. Aber sie hat sich nie den Magen verdorben und immer ganz rosig ausgesehen. Und sie hat auch oft gesagt, dass es ihr Spaß macht, ins Büro zu gehen, weil sie da unter Menschen wäre und weil sie es so langweilig fände, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Sie ist auch gar nicht sehr müde am Abend und immer bereit, noch mit meinem Vater in ein Kino zu gehen. Nur die Gesellschaftsspiele mag sie nicht und das Vorlesen, sagt sie, strengt sie an, weil sie den ganzen Tag Gedrucktes und Geschriebenes vor Augen hat und ich solle nur meine Bücher alleine lesen. Ich wäre ja jetzt schon ein großer Junge. Ich bin auch schon groß und natürlich kann ich meine Bücher allein lesen und ich habe auch immer viel Schularbeiten zu machen, nur an dem gewissen Nachmittag. Da hatte ich keine, weil zwei Lehrer fehlten. Aber dafür hatte ich die Betten zuzudecken und als ich mit den Betten fertig war, hätte ich eigentlich mein Essen aufwärmen sollen und sicher war ich auch hungrig, sonst hätte ich ja nicht so viel gegähnt. Aber ich habe plötzlich dann keine Lust mehr gehabt und nur ein paar Kartoffeln kalt in den Mund gesteckt und dann habe ich gleich anfangen wollen zu spielen. Alle Erwachsenen haben später wissen wollen, was ich am liebsten spiele und es wäre ihnen recht gewesen, wenn ich gesagt hätte, mit der Feuerwehrleiter oder mit dem Puppenzimmer, in dem ein winziger Adventskranz mit richtigen kleinen Kerzen hängt, kurz mit irgendetwas, das mit Feuer zu tun hat oder mit Licht. Ich aber habe gesagt, mit meinen kleinen Autos, die ihre Garage unter dem Schrank haben und der Parkwächter ist ein kleiner Soldat in einer braunen Uniform, den ich einmal in einer Trümmergrube gefunden habe und jedes Mal, wenn mein Vater ihn sieht, sagt er, schmeiß doch den verdammten S.A. Mann weg. Aber ich behalte ihn, weil ich ihn gut gebrauchen kann und weil ich überhaupt nicht weiß, was ein verdammter S.A. Mann eigentlich ist. Natürlich habe ich an dem Nachmittag gar nicht mit meinem Auto spielen wollen, sondern mit meiner Familie. Aber von der wissen meine Eltern nichts und sie brauchen auch nichts von ihr zu erfahren und die Lehrer auch nicht und erst recht nicht der Arzt, den meine Eltern von mir den Onkel Doktor nennen, obwohl sie ihn vorher nie gesehen haben und ihm gegenüber immer sehr verlegen sind. So, so, mit deinen Autos hast du gespielt, hat der sogenannte Onkel Doktor gesagt und hat dabei ein merkwürdiges Gesicht gemacht und ich habe genickt und ihn frech angesehen und mir gedacht, was er wohl zu meiner Familie sagen würde, nämlich dazu, dass mein Vater ein alter Fußball namens Pop und meine Mutter eine komische Puppe ohne Beine namens Mingel ist und dass sie außer mir noch zwei andere Kinder haben, von denen das eine eine alte Schachfigur und das andere ein eingeschrumpfter Luftballon ist. Die ganze Familie halte ich in einer Schachtel in meinem Spielschrank versteckt und wenn ich von der Schule nach Hause komme, hole ich sie heraus und setze sie auf ihre Plätze und dann gehe ich noch einmal auf den Korridor und tue so, als ob ich gerade erst heimkäme und sobald ich das Zimmer betrete, bricht meine Familie in ein lautes, fröhliches Gelächter aus. Da ist ja auch unser Jüngster, sagt Pop, der im Lehnsessel sitzt und ein freundliches Vollmondgesicht macht und Mingel sagt, komm zu mir, mein Söhnchen und streckt ihre Arme aus, aus denen das Sägemehl quillt. Wie war es heute auf der Prärie? fragt mein Bruder Harry, das Schachtpferd aus Elefantenzahn. Und ich sagte, sünftig und fange an zu erzählen, wie viele wilde Mustangs ich mit dem Lasso gefangen habe und mache es so spannend, dass meine Schwester Lucia der Luftballon vor Aufregung zu wackeln beginnt. Jetzt musst du aber etwas von dem guten Bärenschinken essen, sagt Mingel und weil sie keine Beine hat, muss ich sie auf den Herd tragen, wo sie gleich anfängt, im Topf zu rühren. Inzwischen gehe ich mit meinem Bruder auf den Balkon und zeige ihm die Mondrakete, die gerade über die Häuser fliegt und wir machen eine Wette, ob sie heute endlich hinkommen oder wieder vorher ausglühen wird. Dann schreiben wir uns unsere Namen auf kleine Zettel. Das heißt, dass wir uns freiwillig melden, mit der nächsten Rakete auf den Mond zu fliegen. Diese Zettel verstecken wir unter einem Blumentopf, weil Pop und Mingel immer so besorgt um uns sind und so etwas gar nicht erlauben würden. Den ganzen Tag sitzen sie zu Hause und warten auf uns und wenn wir vom Balkon hereinkommen, fragen sie gleich, ob es nicht neblig draußen sei und ob wir uns auch nicht erkältet hätten. Ach, woher denn, sagen wir mit ganz rauer Stimme, erkältet? Und setzen uns an den Tisch und ich necke meine Schwester und sage, dass sie immer dünner wird und dann Farbe verliert. Lass sie in Ruhe, sagt Pop und dann überlegen wir uns, was wir jetzt machen sollen und ich hole das Wettrennspiel aus dem Schrank. Bei diesem Wettrennspiel will Mingel immer das weiße Pferd haben, aber sie hat nie Glück mit dem Würfeln und ich muss es manchmal durch etwas Mogeln so einrichten, dass sie auch einmal gewinnt. Pop ist es egal, ob er gewinnt oder nicht. Er ist immer rund und guter Laune und sobald das Spiel zu Ende ist, rollt er in seinem Sessel herum und sagt, Mingel, wenn wir unsere Kinder nicht hätten und dann fängt Mingel ein bisschen an zu weinen, weil sie so rührselig ist und Lucia muss sie trösten und mit ihr über die Weihnachtsplätzchen sprechen. So war es alle Tage, wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin und man wird ja verstehen, dass ich da nicht auf den Hof wollte oder zu den Kindern im Parterre, die so frech sind und sich fortwährend streiten und zu jedem Ding Scheiße und Bockmist sagen. Ganz egal, was es ist. Und natürlich wollte ich auch nicht zu den Jungs, die immer zu meinem Fenster heraufpfeifen und höhnische Gesichter machen, weil ich nicht in ihre Bande eintrete und weil sie glauben, dass ich zu fein oder zu feige dazu bin. Ich bin aber gar nicht zu feige. Ich habe nur bisher keine Lust gehabt und die Zeit ist mir auch immer ganz schnell vergangen. Mitten in der schönsten Unterhaltung habe ich meine Mutter oder meinen Vater die Eingangstür aufmachen hören und habe nur noch in aller Eile meine Familie wegpacken und meine Schulbücher aufschlagen können. Aber an dem Nachmittag vor aller Seelen habe ich keine Bücher aufgeschlagen und meine Familie nicht in aller Eile verstecken müssen, weil sie nämlich schon vorher nicht da war. Die ganze Familie einfach nicht da. Zuerst, als ich mich vor meinen Spielschrank hingehockt habe, um die Schachtel herauszuholen und sie nicht gleich gefunden habe, habe ich gedacht, dann ist sie eben im unteren Fach oder im Kleiderschrank oder sonst wo. Es musste ja immer so schnell gehen und es kommt vor, dass man gar nicht genau aufpasst, was man tut. Es hat also eine große Sucherei angefangen in den Schränken und unter den Schränken und schließlich auch auf den Schränken, wo ich gar nicht hinreichen konnte. Und ich musste mich mit meinen schmutzigen Schuhen auf den guten Seidenstuhl stellen, was meine Mutter nachher sehr aufgebracht hat. Schließlich bin ich wieder in den Spielschrank zurück und da habe ich plötzlich die Pappschachtel gesehen. Aber an einer ganz ungewohnten Stelle und als ich sie aufgemacht habe, waren alte Dominosteine darin. Da ist mir ein furchtbarer Verdacht gekommen und ich bin in die Küche gerannt und habe den Mülleimer aufgemacht, der ganz neu ist und bei dem man nur auf eine Art von Gaspedal zu treten braucht, damit der Deckel aufspringt. In dem Mülleimer war aber nichts, nur ein paar Kartoffelschalen und viel zerknülltes Seidenpapier. Das habe ich herausgerissen und auf den Gasherd geworfen und man hat mich nachher gefragt, warum, aber ich habe keine Auskunft gegeben. Ich habe an dem Nachmittag immer noch weiter gesucht. Wenn die Sachen nicht im Mülleimer waren, mussten sie doch noch irgendwo sein, irgendwo, das hieß, alle noch übrigen Schubladen aufziehen und alle Fächer durchwühlen, auch im Wäscheschrank und im Buffet und sich immer mehr aufregen. Viel mehr, als man sich eigentlich über einen alten Fußball, eine alte kaputte Puppe, eine Schachfigur und einen eingeschrumpelten Luftballon aufregen kann. Ja, das habe ich gleich gefühlt, dass es verrückt war, wie ich mich anstellte und es ist mir auch einen Augenblick lang der Gedanke gekommen, ein paar andere Gegenstände Pop und Mingel und Harry und Lucia zu nennen und also gewissermaßen eine neue Familie zu gründen. Aber ich habe doch gleich gewusst, dass ich das nicht mehr tun würde. Weil ich wahrscheinlich längst zu alt dafür war. Ich habe gewusst, dass ich fortan immer so allein sein würde wie jetzt, als ich endlich mit dem Suchen aufhörte und in der Küche am Fenster stand und weil ich gar nicht dazu gekommen war, Licht anzumachen, war es in der Wohnung schon dunkel und so entsetzlich öde und still. Ich habe auch schon geahnt, dass ich das nicht aushalten und wieder fortgehen würde ins Kino an der Ecke. Taschengeld hatte ich ja genug und wahrscheinlich würde ich auch jetzt nicht mehr Nein sagen, wenn sie kämen und mich aufforderten, in die Bande einzutreten, obwohl die Jungen, die in der Bande sind, ganz stupide Sachen machen, Autoreifen aufstechen und Schaufenster kaputt schmeißen. Mehr fällt ihnen nicht ein. Aber es konnte ja sein, dass man mit der Zeit auch daran Geschmack fand. Auf jeden Fall war man dann nicht mehr so allein. Über das alles habe ich nachgedacht und ich bin da am Fenster stehen geblieben, neben dem Gasherd. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich das Gas anzünden könnte, alle vier Flammen aber nicht, um mir endlich mein Essen warm zu machen, nur so, zum Spaß. Ich habe also alle vier Deckel abgenommen und die Gashähne weit aufgemacht und angezündet und die Flammen waren so hoch und lebendig und hell und warm und ich habe mich gefreut und gedacht, dass man mit den Flammen vielleicht auch reden kann. Es ist nur eben leider noch, dass viele Seidenpapier aus dem Mülleimer auf dem Herd gelegen und das muss Feuer gefangen und die Gardine angesteckt haben. Jedenfalls hat die plötzlichen Flammen gestanden, bis oben hinauf und ich bin sehr erschrocken und habe geschrien. Mein Vater hat in demselben Augenblick die Wohnungstür aufgeschlossen und das war noch ein Glück, nur dass dann eben hinterher die ganze Fragerei gekommen ist und die Sache mit dem Lehrer und die mit dem Doktor, so als ob ich nicht ganz normal wäre oder als ob ich einen Zorn auf meine Eltern gehabt hätte. Und dabei hat meine Mutter doch gar nicht wissen können, was sie da weggeworfen oder verschenkt hat und überhaupt habe ich nichts gegen meine Eltern. Sie sind, wie sie sind und ich mag sie gern. Nur, dass es eben gewisse Sachen gibt, die man ihnen nicht erzählen kann, nur aufschreiben und dann wieder zerreißen, wenn man allein zu Hause ist und es wird schon dunkel und unten pfeifen die Jungs von der Bande und noch ein paar Minuten, dann macht man das Fenster auf und ruft, ich komme und dann geht man die Treppe hinunter, die Hände recht forsch in den Hosentaschen vorbei, eine Nixe, die hat einem früher sehr gefallen, aber jetzt weiß man mit einem Mal, dass man kein Kind mehr ist.